3 3 4 5 5 5 5 5 Oh shit! Oh shit! Ich will aber einen draufklettern! Ich weiß nicht! Oh oh! Hilfe! Geht er weg! Oh! Ach der drüben! Das ist aber voll geil, Alter! Mit dem Jäck! Der haut sich voll nach oben! We turn to the level! Oh fuck! Ich bin auch nicht mehr! Das hab ich auch schon nicht bekommen, Alter! Oh nein, auch schon wieder drüben! Oh nein! Nur mal, ich hab's nicht bei geschaut! Oh, ich schieß den Zeitmasch mit dem Schlepp zu zeigen! Oh, wer schießt mich da rein! Ich hab ihn, ich hab ihn! Oh oh, wir haben verloren! Scheiße, Schibatti, die Defiles dran oder gewonnen? Keine Ahnung, ich bin gerade hier voll am Pfeifen! Wir müssen flüchten! Ich bin gerade down! Nein! Ja, welches Team bin ich denn? Dagi, hier 400! Dann sind wir in Führung! Nein, Mann! Wir haben verloren! Ja, was? Du bist doch Gegner! Ja, jetzt ist Last Man Standing quasi! Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja! Ja, geht weg! Du hast nur hin und bist direkt tot, sondern es ist doch ein bisschen gefeiert! Ja, Mann! Das ist schon mal immer einfach! Ja, wir konnten noch flüchten! Zwei Stück sind übrig geblieben! Mit einem! Mit einem! Mit einem geflüchtet! Ich habe drei Stücke killed, Alter! Alter, spielen wir überhaupt noch zusammen? Nein, Mann! Ich glaube nicht! Du warst gerade gar nicht mal! Ich meine, glaube ich! In gar keinem Team! Ich glaube, wir sind in einer anderen Lobby! Ja, Mann! Ich glaube, wir müssen noch mal zusammen! Ja! Ja! Sagen wir mal! Close! Close! Yes! Leave matching! Ich lass dich mal noch mal ein! Machen wir irgendwas falsch oder ist es einfach nur wegen... Nee, das wird bestimmt wegen der Eifer sein! Ja! Ich bin gerade... Ich bin gerade... ... 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 Jetzt habe ich sie bekommen! Ja, Mann! Das dauert auch immer ein bisschen... Connecting... Das hat geklappt. Das ist nice. Nur wäre das halt mal schön, wenn man irgendwie irgendwo zusammen... Warte mal kurz... Na Alter, ich hab heute schon Sachen freigeschaltet, du auch? Mhm. Aber ich... Das ist so viel Zeug. Auch die Sub-Machine-Garn sollte ich machen, gell? Ja, mach dir mal eine Sub-Machine-Garn rein. Wobei... Ich weiß egal, bei Closer war es halt drin, du kannst es ja da reinmachen, wie du wirst. Aber Closer passt schon. Alter, ne Schottie. Die Car... Wieso mach ich mal diesen Charge-Würfel rein, Alter? Ich glaube der ist voll böse. Charge-Würfel? Ja, den will ich auch mal ausprobieren. Extra Ammo... Speed-Loader... Was ist das letzte? Boah, schneller ziehen, Alter, das ist auch voll geil. Wieso bringen wir in die Kamera eigentlich? Schon fertig oder was? Ja, bei Titan habe ich irgendwas Neues. Was ist das hier denn? Der Termin-Launcher, den hatte ich! Call... Flame Call... Was ist Flame Call? Ich hab das relativ gut. Ich hab das garan... Schöne... Ich hab das garan... jetzt schau mal suchen ok dann probier ich mal alles zu suchen gab es bei dir? weiß ich nicht ja wird da was gesucht? ja die Dinger sind da das ist halt schön von Player ja ich bin probiert ja das ist das strafen steht immer dran der Fischer wird da auch nicht mehr um die Dinger es gibt zwei glaub ich die sind der eigentlich die Dinger oder was oder sind die Helmels aber die haben doch keine Beine immer mehr so wollen der Paar schon wo uns blaue Visier überwichtigte Ziemalow schon mal deine Beine an bleibt man stehen bleibt man stehen und noch mal wollen doch keine Menschen natürlich sind das Menschen im Einfluss mit Beine mehr Oki du vielleicht nicht alter so passt die nicht aus was geht da draußen los? das ist doch so das Teil hier was wir aufgestellt haben ja, sag mal an ja, aber ich check das nicht gesteit mit dem hochkommen ich bin jetzt im Fenster drin, ich wollte auch aufs da alter, ich bin übers da drüber gestrogen 개hme bitte... weh. 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 die holen sich A zurück, hör mal an, das wir verlieren, guck mal alter voll gehen wir zur A ich bin grad verwirren 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 ich saw einfach einnehmen ich vernehme ich war einfach einnehmen Einfach einnehmen. Amped Weapon Ready, was auch immer das heißt. Ich wäre echt besser, wenn auf R1 der Haken wird. Ich glaub, das kannst du schon einstellen. Hm, ich hab einen gefehlt. Aber wenigstens sind wir jetzt in einem Team, oder? Mhm, ich hab A zurückgeholt. Herrmann, 5 AC, also gar nichts. Ich check das mit dem Haken. Er kann ich den Haken. Dann springen, oder? Die holen sich doch schon wieder A. Oder ist das bedeutet, dass Grüne irgendetwas anderes? Geht das immer weg? Es geht immer weg. Ich check das nicht. Alter, man, die Submaschine ist alles mal voll geil. Amped Weapon Ready, was ist das? Ich check das nicht. Das ist das, was ich meine. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's mir noch links gedrückt. Dann du zu irgendein Iphone raus holen. Ich check aber nicht, was das heißt. Wo bist du da? Bei Arbeit. Ich hab's mir noch mal. Du kannst auf meinen Titan aufklettern. Warte da, was ich mir nicht verliebt. Ich hab's mir noch mal. Du kannst auf meinen Titan aufklettern. Warte da, was ich mir nicht verliebt. Ja, ich hab's mir noch mal. Ja, Mann, jetzt sitz ich drauf. Das war ein bisschen Platz. Oh, achso, das haben wir doch gar nicht eingenommen. Oder irgendwie doch, ich check das nicht genau. Doch, 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 nochmal rüber. Das geht immer wieder weg, der Balken außenrum, wenn wir weggehen. Ja, aber was heißt Amping, bitte? Keine Ahnung, geh einfach mal zu den Gegnern, wenn du das teilst. Das ist doch da, ein bisschen Action zu machen. Du kannst ja schießen und du hast eine Spezialattacke, das hab ich davor gar nicht gemerkt. Das sind zwei Angriffe. Achso, auf R1 oder was? Nein, auf R1 ist angreifen, auf L1 ist defense, also dich verteidigen. Und drück mal R2, das ist auch noch mal schießen. Achso. Achso, wir sehen, dieser Strahl ist ein super Angriff. R2 ist dein normaler Schuss und L1 ist verteidigen. Ja, ich schieß doch schon. Warte, pass mal auf. Wie gesagt, du hast ja den fetten Schuss und den normalen Schuss hinter uns. Oh, das war's. Ohohoho, den hab ich voll zerflöselt, Alter. Mit R2, oder? Ja, Mann. Da kommt noch einer von rechts. Da drin sind die, hinter der Mauer da. Da unten, außen Völten. Boah. Das haben sie schon so gemacht, dass du da nicht reinkommst mit Absicht. Da ist sogar ein Schild, siehst du das Schild? Das ist durchgestrichen, dass du nicht reinkommst, siehst du das? Keine Roboter erlaubt. Vor der Tür hier unten. Alter, hier voll. Was kommt da raus? Der hat gleich gebaut, der hat sich angeholt. Das sollen sie ja auch mal. Reichen sie mal aus. Nein! Oder? Da ist ja mal drin, da ist ja mal drin gewesen. Ach, das ist, das ist... Ach so, das ist doch kein Gas. Okay, hab ihn. Ja, was ist das? Das ist irgendwie Gas, was du anzünden kannst. Das ist auch. Sogar schießen und dann nochmal anführen. Sooo... 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 Oah... Sooo... Das ist halt am Schluss... Ach, die waren noch zu zweit, so gehen sie ab. Das ist also, wenn die Runde vorbei ist, dann müssen halt die, wo besiegt worden sind, können doch abhauen. Mit dem Flugzeug. Sollen wir jetzt wieder rausgehen oder was machen wir jetzt? Wir stehen dort Searching in 15 Sekunden. Bei mir 0 Grad. Searching for Match, ja. Ja. Searching for Players. Hallo Katze. Aber sind wir doch unten, sind wir überhaupt noch zusammen wieder in der Gruppe? Ne, oder? Wir müssen raus, glaube ich. Geh mal raus. Verdammt, ich hab gerade gesagt. Ich weiß nicht was. Wo bist du? Ampere Hardpoint. Homestead. Ja, siehst du. Ja, und dahinter? Homestead, ja. Ja, dahinter ist die Map. Da vorne ist der Spielmodus. Oh. Alter, also die Closer war schon mal geil, Alter. Also die Sachen mit dem anderen. Ja, die finde ich auch geil. Da musst du ja nicht mal das Closer nehmen, aber ich finde die Waffe geil. Ich muss mal die Stunde da noch ausprobieren. Kann man nicht gucken? Doch, drück mal Touchpad. Wir sind ein Team im gleichen Tag. Ah, okay. Mit Willi. Ja, aber das lebt sich. Vielleicht ist das doch... Ja, ich weiß auch nicht. den Kamal 대해 sch sued. Moment war super und is gut um total für zwei Versagen. Was für ein bisschen bei einer Klimflügung. Was da ver prep Subscribe ist. Wir lesen mit den Raay jeden Tag.